So, hallo und willkommen zum Padumkast. Da wir federweißer trinken und Robin nicht trinkt und ich ihn zum Anstoßen brauche, habe ich ihm mal die Magger eingeladen. Ja, das kann ich so bestätigen. Einen wunderschönen guten Tag heute beim wundervollen Padumkast. Jetzt geht es heiß her, denn wir haben ein großes Thema und mehrere kleine Themen. Wollen wir anfangen, darüber zu reden, was wir denn am Wochenende Lustiges erlebt haben? Das mit dem Hut. Das mit dem Hut. Also, passt auf, Leute, da können wir gleich den Ton setzen für weitere Folgen und diese Folge. Ich versuche euch, dieses Bild einmal an die Leinwand zu klatschen. Also, es war Zwiebelmarkt in Weimar. Zwiebelmarkt ist ein alljährliches Erlebnis hier, ein Event, sondergleichen. Das wissen die Leute doch. Die haben doch die Kochshow gesehen, in der gesagt wird, Zwiebelkuchen gibt es selbst Zwiebelmarkt. Ah, das wissen die Leute. Ja, habt ihr uns im Fernsehen gesehen? Wir waren wieder so richtig, da ist wieder was Berühmtes passiert auf Kabel 1. Wir waren es. Und sobald der Podcast anfängt, passiert wieder, kriege ich wieder keine Luft. Ich bin einfach zu nervös, wenn so viele Leute zuschauen. Womit wir beim nullten Thema sind. Ich bin sehr zufrieden, wie viele Leute sich dann doch den Podcast reinballern. Immer so um die 1.000, ne? Ja, obwohl das ja nicht so das Format für jedermann ist. Und wenn man davon ausgeht, dass so der normale View-Count von den Videos so 1.500 bis 2.000 ist, ist 1.000 schon ultra viel, finde ich. Also, danke für das rege Beteiligen, auch in den Kommentaren. Es gibt da wirklich Leute, die sagen, ich spar mir jetzt mal drei Folgen auf und hüttel die dann alle hintereinander. Und dadurch kommt es, dass die Aufrufe nicht sofort da sind, sondern erst nach ein paar Tagen. Ja, und das ist ganz schön. Da wissen wir doch, dass wir hier alles richtig machen. Wir gehen viral mit dem Podcast. Ja, also, Zwiebelmarkt war gewesen, waren wir alle harte gewesen. Haben auch die ein oder anderen Leute verfolgen können auf Instagram, in meiner Story und so weiter und so fort. Und da sind dann immer so Bühnen aufgebaut. Und es war der Sonntag und es hat sich alles so dem Ende geneigt. Alle waren schon ein bisschen durch. Und eine tolle Kirmesband. Willst du einen Shoutout machen oder so? Bist du da gerade am Dick sacken, um dich da irgendwie... Boah, die wissen, dass ich die mag. Okay. Muss ich nix ausschauten. XITE auf jeden Fall haben gespielt, haben da eine Pause gemacht. Und in der Pause hat auf der Bühne, welche von Antenne Thüringen gesponsert war, ein Event stattgefunden. Ein Event, bei dem ich gerne beigewohnt hätte jetzt im Nachhinein. Aber das ist nicht passiert. Auf jeden Fall sollten zehn Leute ungefähr, waren zehn ungefähr, ne? Und aus dem Publikum gewählt, also beziehungsweise haben freiwillig gemeldet. Genau, die sollten abwechselnd ein deutsches Lied ansingen. Und wer nicht mehr kann, der ist raus. Und am Ende gewinnt man dann halt was Sinnloses. Warte mal, das war ja gar nicht da. Aber okay, das war auch witzig. Ich dachte gerade, das wäre im Rahmen dessen. Aber war es ja gar nicht. Okay, das war das Event. Dann ging es weiter und dann hat XITE gespielt. Und dann war da so eine Frau. Die hatte eine Klatze und ist auf die Bühne gekommen. No Context. Keiner wusste, was los ist. Also vielleicht wussten es einige, die irgendwie eine Vorgeschichte hatten. Ja, in der ersten Reihe vielleicht. Aber wir kannten halt absolut die Vorgeschichte dazu nicht. Kennen sie auch immer noch nicht. Man kann sich natürlich seinen Teil lenken. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr wirklich schon 100% mit unserem Humor kompatibel seid. Naja, ich weiß nicht. Der Witz ist, es war natürlich eine emotionale Situation, in der die Leute, viele Leute wussten, sie hat wahrscheinlich eine Hintergrundgeschichte gehabt. Ja, vermutlich ist es tatsächlich so, dass sie irgendwie Chemotherapie gerade macht oder angeht oder weiß ich nicht. Also man kann es halt nicht sagen, aber... Es wurde halt einfach nichts gesagt. Es ist plötzlich eine Frau auf die Bühne gekommen, so. Und scheinbar war es ein Schritt, denn sie wirkte auch aufgelöst. Ja. Und natürlich ist es ganz klar, dass in so einer Situation... Ja. Der Sänger meinte dann, ey, ich habe großen Respekt davor, dass du hier hochkommst. Und das mit diesem Mut. Und wir haben halt leider gut verstanden. Das ist der ganze Witz, also... Natürlich, ich kenne die Situation nicht, wir glauben nicht, dass die witzig ist, aber wir haben halt leider einfach das Falsche verstanden. Und wenn ihr das nicht lustig findet, dann ist dieser Podcast vielleicht nichts mehr für euch. Ich weiß es nicht. Aber hat sie es wirklich gesagt oder hat sie es nicht gesagt? Der Sänger hat gesagt, nehmt euch mal ein Beispiel ein, dass du hier hochkommst, mit diesem Hut. Die Vorstellung, dass das ein Hut ist, war einfach unglaublich. Es ist, denke ich mal, klar, dass wir uns über niemanden lustig machen. In dem Sinn, es ist wirklich nur, dass ich dieses Wort... Allein... ...und dieser Kontext... Die hat die Vorstellung, dass der Sänger auch die Situation vielleicht nicht versteht, weil keiner es erklärt. Und von weitem denkt, dass sie vielleicht wirklich einfach nur einen ganz komischen Hut auf... Das ist super witzig irgendwie. Und wie das so mal ist, alles mega emotional geladen und zwei Vollidioten, die sich da irgendwie ablachen. Also, ja. Das war diese Situation. Aber ich glaube, also das ist ja auch ein großer Teil dessen, dass das eine Situation ist, wo Lachen eigentlich nicht hinpasst. Das ist ja wie in der Schule irgendwie. Wenn du in der Schule irgendwie ein Lachflash hast und weißt genau, das ist gerade überhaupt nicht in Ordnung, dass du hier lachst, dann musst du ja noch schlimmer machen. Ja, genau. Das war nur sehr absurd. Und natürlich, weil wirklich nichts erklärt wurde. Wir wussten überhaupt nicht, um was es geht. Ja. Vielleicht war auch gar nichts. Vielleicht hat sie sich wirklich einfach nur eine Klatze gemacht, weil sie, weiß ich nicht, irgendwie... Wie wusste es halt... Frauen können auch mit Klatze schön sein oder irgendwie sowas. Kann ja auch sein. Ja. Super witzig. Sonst noch am Zivilmarkt für dich irgendwie was Podcast-Relevantes passiert? Ja, aber Leute waren da. Oh, Leute waren da, ja, stimmt. Welche jetzt? Du? Ja, stimmt. Nice. Aber fangen wir von vorne an. Vom Zivilmarkt oder vom Podcast? Okay. Willkommen beim Podcast. Das große Thema, was alles überschatten wird, weil ich mir das wünsche, ist Cringe. Das hat das letzte Mal gut geklappt. Wir waren im Fernsehen. Roter Faden. Da schwebt er dahin. Und hat es euch gefallen? Wir waren im Fernsehen gewesen. Nächstes Thema. Also. Wir kriegen wieder verstärkt Quinch-Kommentare. Ja, ja. Es ist uns lieber, wenn ein Video demodernisiert wird oder wenn es... Alles egal, aber wenn jemand quinch, dann brennen wir uns die Sicherung durch. Da gehen wir auf die Barrikade, da machen wir heute eine super, super duper lange Sektion. Rubrik. Genau, Rubrik drüber und zwar Rant um euer Leben, aber die kommt jetzt noch nicht. Ich wollte es nur schon mal ankündigen, denn ich habe davor noch eine kleine neue Idee, denn unser Podcast geht jetzt in die achte Folge. Und wenn wir so immer, weißt du, wenn wir so ein bisschen das achte Lebensjahr dann immer reziprok Revue passieren lassen, je nachdem welche Ausgabe das Podcast gerade ist. Das geht dann nur noch bis 100 oder so. Ab 101 wird es dann vielleicht lächerlich, aber das kann man doch mal machen. Wo standest du mit 8? Hm, also mit 8 wurde ich, glaube ich, kam ich, glaube ich, in die neue Schule. Also mit 7 war ich noch in einer anderen Schule und mit 8 kam ich dann in die Waldorf. Ich habe halt in der ersten Klasse alles gelernt, Schreibschrift, Rechnen, alles. Und kam dann in die Waldorfschule und da waren sie gerade beim Druckschrift F. Oh, das hat jetzt das Genick gebrochen, oder? Und haben Lieder gesungen und lustig rumgetanzt und das hat mich das Genick gebrochen, ja. Hatte ich nichts Besseres zu tun, als meinen Banknachbarn voll zu labern und einen neuen zu kriegen, den wieder voll zu labern und einen neuen zu kriegen und den dazu anzustiften, die Heizungsrohr hochzuklettert und ganz viel Ärger zu bekommen. Seitdem bin ich den wie ganz netter schüchterner. Nice. Ja, da warst du noch nicht dabei, McRidge. Also bei uns wurde mal jemand angestiftet, das war so lächerlich, aber das war nicht im 8. Lebensjahr. Ich erzähl's trotzdem irgendwie, hat er sich aufs Fensterbrett gesetzt oder gestellt und den, also nicht bei uns, sondern bei unserer Klassenlehrerin damals war das und sollte sich dann die Gardinenscheiße da, wo man das hoch und runter leihen kann, um den Hals machen und hat das halt gemacht so. Und runtergesprungen? Er ist nicht runtergesprungen, aber sie ist da traumatisiert gewesen, deswegen durften wir nicht in die Nähe der Fenster, ist ja auch egal. Das nur dazu, das 8. Lebensjahr ist ganz ein tolles, was war ich denn da, was ist man da? Dritte Klasse? Zweite. Zweite. Mit 6 komm ich in die erste, mit 7 und mit 8 ist man immer noch in der zweiten. Ja, mit 8 war ich so, da hat's angefangen, dass ich so draußen rumgelungert bin, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich geil. Bei uns im Dorf so das Rosenhaus erkundet, du. Ist so witzig. Damals noch übelst Schiss gehabt, später sind wir da so richtig... Rein. Rein. Ja, das war ja dann da, wo wir unsere Halle auch aufgebaut haben, aber mit 8 sind wir dann echt nur außen hin und haben gesagt, oh Gott, da ist Angst und so. Gut, 8 ist Lebensjahr, aber scheiße. Gut, nächstes Thema. Geile Rubrik hast du da. Ich glaube, das ist ein heißes Eisen. Das ist wegweisend für die Zukunft. Ich freue mich schon aufs neunte Lebensjahr. Ich dachte auch nur, dass wir vielleicht... Schreibt doch mal rein, wie euer, dem ich ja war. Schulde und ich brennend unter den Fingernägeln interessieren. Ja, ist nur einmal im Jahr und die Worcester 2. Ist gleich Grey, spannt den Wagen an. Ja. Waagschale. Waagschale. Danke, Amadeus. Ist ja auch egal. Wir waren im Fernsehen. Wollen wir darüber noch was erzählen irgendwie? Eigentlich war ich kein im Fernseher. Doch, warst du übelst drin? Okay. Bin ich bei jedem im Wohnzimmer in den Fernseher geklettert? Hallo, Guck, Guck. Ich bin es. Also, ihr habt vielleicht den Podcast, äh, Quatsch, nicht den Podcast, den Livestream gesehen, der auf Twitch schlief. Kann man noch gucken, glaube ich. Kann man noch gucken. Noch ne Woche oder so. Slash Haller 4. Da einer aus unserer Patreon-Nostalgia-Gruppe, supportet uns auf Patreon, dann kommen wir in die delitäre Gruppe rein, der hat auch die Sendung runtergeladen, äh, aufgenommen und wird sie hochladen, so rum. Und dann wird die auch für jeden nochmal einsichtig sein. Kann ich natürlich auch runterladen. Kann man auch. Hast du es schon gemacht? Wolltest du aber. Ja. Ja. Stehst du nicht zu deinem Wort? Hat ich Zeit. Ist das so ein Ding, was du machst, ja? Dinge sagen und dann nicht machen? Jetzt mal, wenn du sagst, komm zum Podcast, sag ich, du hast keine Zeit, ich muss was runterladen. Okay. Dann flennst du, dann flennst du, dann flennst du so richtig. Dann gehst du nach Flensburg. Danke, Amadeus. Ah, Marga fand's lustig. Ja. Du bist so ein bisschen, du bist so ein bisschen analog zu dieser Sabine von Circus Halligalli, die auch in ihrem, in ihrem, die fett und hässlich ist. Die ist überhaupt nicht hässlich. Die ist übelst herzlich. Die ist, das ist, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Jetzt bin ich wieder, nee, jetzt können wir das nicht so stehen lassen. Jetzt bin ich wieder der Arsch hier, der hat gesagt, hässlich. Das ist eine ganz nette, eine ganz nette, eine ganz nette Person, auf jeden Fall. Der Witz war doch nur gerade, dass ich die Junge der Stunde genutzt habe und Maggie schüttest. Du stehst nicht dazu, was du bist. Und deshalb sind so viele Männer enttäuscht. Ja, und deswegen werden immer mehr Frauen enttäuscht in unserer Gesellschaft. Ich liege hier, das ist keine Lüge, ich reche mich nicht auf. Nein, aber der Witz, dass du halt so ein bisschen Feedback gibst über das, was wir sagen, ist das Lust. Du brauchst so einen Lustometer eigentlich. Einen Lustometer, den hast du heute richtig überspannt, du. Du musst immer so von 0 bis 10. Das wäre wiederum so ähnlich wie in der besten Sendung der Welt, wo die so eine Einschaltquote haben. Da kannst du immer kurz mal, also alle 30 Sekunden musst du irgendeine Zahl sagen. Wie geil du das, jetzt wäre gerade 7 zum Beispiel, glaube ich, oder wie. Was wäre jetzt gut? Kompromisswertung 7. Ich würde sagen 6. Ja? Gut, was wäre dann eine 10? Nur 6 die ganze Zeit, die Frauen. So, das ist mit der Frau, die auf der Bühne steht. Da habe ich mich schon gefreut. Das ist voll gemein. Nein, ganz ehrlich. Nein, aber ich habe mich gefreut, weil Robin so schön gelacht hat. Er lacht immer so. Es liegt mir im Herzen, mich von der Person zu distanzieren, aber nicht von diesem Wortspiel. Mit dem Hut. Ich meine, es geht auch um die Situation, nicht um diese Frau. Also es geht ja auch in keinster Weise um die Frau. Die hat ja Time of her life und so, also wahrscheinlich alles nice. Okay. Also, mein Gott. Reden nicht so viel, lassen wir einfach. Ich glaube, der Punkt ist klar. Ja. Allah, hast du verstanden? Also wir wissen halt eh nicht, was da die Hintergrundstory ist, also es ist egal. Es wird immer mehr schwieriger, desto mehr du darüber erzählst. Das ist doch egal. Robin weiß die Hintergrundstory, der will nur Böses. Ja, genau. Meine Güte, wir waren im Fernsehen und wir haben ganz tolle Gags gemacht. Wir haben das ja angekündigt und wir haben eigentlich im Podcast darüber gesagt, dass wir dann auch nochmal das besprechen werden, wenn das soweit ist. Oder gefehlte Fisch, wenn das soweit gewesen war. Also wir kamen schon rein und da meinte der Koch schon zu mir, geh bitte wieder. Ach Gott, nicht nochmal die alten Kamellen, sondern irgendwie jetzt nochmal so Revue passieren lassen, dachte ich. Mach ich doch gerade. Das hast du aber im Podcast schon erwähnt, oder? Ja, da habe ich es nicht Revue passieren lassen. Ah, okay, lass mal Revue passieren kurz. Also was halt witzig ist, im Nachhinein, man sieht halt im Fernsehen, wie der Koch, Spoiler, 10 Sekunden, Margarete 50 Euro überreicht, weil sie gewonnen hat. Ja. Spoiler zu Ende, zu Ende ist er jetzt. Jetzt könnt ihr wieder hinhören. Und das ist nie passiert. Wir haben alle den gleichen Geldbetrag bekommen. Da war ich auch echt ganz schön perplex, muss ich sagen. Weil ich habe mich halt viel mehr ins Zeug gelegt. Ich habe mir halt viel mehr Mühe gegeben, weil ich wusste, es geht um die 50 Euro. Ja. Und dann letztendlich habe ich halt genauso viel bekommen, wie ihr. Ja, also ich war gerade, du bist da fliegt. Wir sind gerade hinter dem Spoiler-Part, du hast gerade irgendwie nochmal gespoilert. Aber ist egal. Willst du nochmal schnell Spoiler sagen? Also vor 10 Sekunden waren Spoiler. So. Also ich habe folgenden Konflikt, dass je mehr du redest, desto sinnloser ist die Entfernung zum Mikrofon. Ja, das ist korrekt. Man muss schon hören, dass sie weiter weg sitzt. Also entweder kommst du hierher oder du hältst die Fresse. Ja, ich finde das schon gut. Okay. Ist ja nur meine Arbeit dann immer wieder einen Regler rauf und runter zu machen. Ja, aber sonst nichts zu tun. Sie ist halt hässlich und fett und lacht, wenn wir geil sind. Guck mal, jetzt fühlt sie gerade ein 9 von 10. Ja, das ist ein 9. Guck, Herz aller Liebst. Ja, aber ich fand die Sendung ganz witzig, auch gut geschnitten. Am Ende muss ich sagen, bei der Bewertung... Das kann man nicht leugnen. Bei der Bewertung ist es übelster Clusterfuck an Schnitten irgendwie, keine Ahnung. Aber sonst... Was heißt ein Cluster so wörtlich übersetzt? Ja, so geclustert halt so. Was heißt denn das so? Na, so ein... Cluster heißt... Man verwendet doch englische Wörter, wenn einem gerade der deutsche Begriff oder die Emotion, die man gerade rüberbringen will, nicht auf Deutsch. Aber was heißt ein Cluster? Na, ein Raster. So Schrapnell-mäßig so eine Aufteilung. Ich mache mal kurz einen Seestern und google das Wort. Also, wir haben heute über den Seestern machen geredet. Und das ist, äh... Habt ihr gesehen? Rest in Peace, you... Rest in Peace, you Hefner. Jörg Hefner. Jörg Hefner, nämlich... Ich mache den Seestern, mache mich ins Loch. Und Einzelteilchen, siehste? So. Einzelteil... Was ist ein Clusterfuck? Aber was klingt denn besser? Einzelteilchen-Fick. Ja, nee, was ist... Was klingt denn besser? Ja, da waren so Einzelteile, die ganz wild geschnitten waren oder ein Clusterfuck an Schnitt. Ja, das ist ganz toll gesagt. Jetzt guckst du doch mal nicht so eine Wurst an. Das ist meine Wurst. Ja, gut. Klingt von außen jetzt wieder anders. Ja, ist halt wirklich literally eine Wurst gewesen. Das findest du jetzt witzig. Also, wir hatten echt schon bessere Momente. Folgt mir auf Insta, Erich Christner. Ja, aber das erklärt es halt immer noch nicht. Also, ich meine, eine Wurst kann halt trotzdem noch immer unterschiedlich sein. Was war das? Eine Weißwurst? Letztendlich eine Wurst. Eine Weißwurst. So eine Bockwurst. Eine Bockwurst. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist nicht mein Metier. Ich habe doch sogar die geilen Hashtags hier. Achtung. Hashtag Bockwurst, oder was? Nee, viel geiler. Die Hashtags sind sowieso das Beste. Dafür würde ich es liken. Ja, Leute. Kennst du? Ja, aber ich bin Vegetarier, deswegen kann ich es liken. Halt die Schnauze. Also, Leute, wenn ihr nicht uns auf Insta folgt, da entgeht euch wirklich Quality-Content. Also hier, A Wurst in the Park, A Dip in the Senf. Hashtag Wurstcase, Cookby Wurst, Bock-Send-Stop, macht Bock-Food-Porn. Und das ist einfach nur ein Bild von einer Bockwurst. Und willst du nicht irgendwie den Bock auch noch einbauen? Nein. Das wäre witzig gewesen. Das hätte ich nicht hinbekommen. Wie heißt der nochmal? Roland. Roland. Ronald Bock. Ja, aber das ist... Ronald Bockwurst, nicht? Ich habe überlegt, aber dann dachte ich so, nee. Nee. Du musst ja international. Du musst es ja auch. Nein. So, gut. Also, Sendung war schön. Und ich bin da jetzt auch noch im Kontakt mit der Frau, die uns da gecastet hat von der Straße weg. Also, wir sind... Er streicht sich gerade über seinen Nippel drüber. Was macht er? Wir werden halt demnächst entdeckt, weil wir als Duo so gut im Fernsehen funktionieren. Ja, wir werden... Was haben wir gesagt? Wir sind Ropsch und Herodes, damit das den gleichen Klang hat wie Gronkh und Sachazah. Damit wir auch viral gehen als Pärchen. Yo. Das ist der Plan. Nee, ich meine, also, Stefan Rapp ist raus, Jürgen und Klaas sind raus. Es brauchen neue Comedy-Duos. Ich meine, Stefan Rapp war das beste Comedy-Duo aller Zeiten. Stefan und Rapp. Es gab noch diese aus der DDR. Irgendwas. Und Priel oder so. Priel? Willst du viel spielen mit Priel oder so, hießen die. Okay. Ich kenne dich und doof? Nee, 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 nee. Das war so DDR. So Schallplatten haben die gemacht. Nee, nee, nee. Priklopil und... Nee. Nicht Priklopil und Fritzl. Das war ein anderes Comedy-Duo. Das versteht sie nicht. Sonst wäre das mindestens eine 7 gewesen. Ich habe gerade leider nicht zugehört. Oh, Alter. So geht es viel um dir den Podcast. Du machst hier den Seestern. Ja. Ich habe gehört, manche schlafen dazu ein. Das ist richtig. Margarete legt sich hier einfach hin neben uns und sagt, komm, redet mir ins Ohrloch. Einfach rein. Haben wir für die Unwissende den Seestern jetzt aufgeklärt? Was jetzt? Den Seestern. Ich dachte, es ist international bekannt, was der Seestern ist. Alles klar, da müssen wir nicht weiterverfolgen, weil ich kenne viele Leute, die das nicht wissen. Aber dann muss ich es auf Englisch sagen. Also, der Seastar... Starfish. Starfish. Ja, das ist ja Neologismus. Ja, der Seastar. Der Starfish ist, wenn sie... Oder kann er das eigentlich auch machen? Ja, eigentlich auch, ne? Ja, Robin, du traust dich schon wieder gar nicht, die ganzen Wörter zu sagen. Du denkst dir, das ist schlimm. Nein, du kannst einfach die Wörter sagen. Rummachen. Das war jetzt eine 5 von 10 für dich, ja? Das war ein Nose-Exhale. Es war wirklich erst mal jetzt eine Frage, ob das irgendwie Unisex ist oder nicht. Ist Unisex so? Du bist doch auf der Universität. Ist Unisex den Starfish, Mann? Das hatten wir doch heute erst. Da liegen ja zwei Starfishes übereinander und sagen, oh ja. Also, ich hatte das Erlebnis wie du auch noch nicht. Aber hast du das Wortspiel jetzt verstanden? Weil Unisex heißt... Ja, ich habe das verstanden. Das war nur halt echt nicht lustig. Erklär es bitte nochmal. Ja, gut. Aber als in American Pie zum ersten Mal über diese Unisex-Toiletten geredet wurde, da habe ich immer gedacht, das wäre wirklich Sex an der Uni. Weil es geht ja um Studenten dort. Aber da war ich auch irgendwie sieben. Hättest du nicht sagen können, da warst du acht? Nein, da war ich auch zwölf. Aber weißt du, wie es ist? Okay. Ich weiß doch, wie es ist, wenn man sieben war und zwölf ist. Gut. Also, Starfish. Müssen wir nicht weiter erklären. Liegt wohl da und lässt einfach machen. So. Und unsere These war dann eigentlich mehr oder weniger, oder meine, weiß ich nicht, dass der Starfish so ein gegenseitiges Resultat dessen ist. So. Wenn man, wie es in den Wald hineinbumst, so schreit es zurück. Mhm. So. Gut. Willst du jetzt noch was zu unserer TV-Show sagen, um den roten Faden hier mal irgendwie rosa zu verhalten? Nee, weißt du, mich stört einfach, dass du dich einfach nicht traust, die Fakten in den Mund zu nehmen. Ich nehme jetzt die Fakten in den Mund. Mach die Hose auf. Welchen Fakten denn? Na, du sagst dir, und wenn der eine und der Wald und keine Ahnung, die Leute wissen doch gar nicht, wovon du redest. Okay. Gut. Ich bin halt vorsichtig, was das angeht. Mhm. Heikles Thema. Na, dann jetzt ohne heikel. Jetzt los geht's. Erklär mal, was du wirklich meinst. Ich verstehe es nämlich nicht. Im Übrigen heißt es da liegen wie ein Seestern, wenn sich eine Frau beim Sex gar nicht bewegt. Aha. Also es ist nicht Unisex. Das steht bei www.mundmische.de. Aber Mundmische ist vielleicht veraltet und sexistisch. Ich glaube auch, man kann Starfisch machen. Okay. Also Starfisch ist einfach nur, wenn man sagt, hey, Johefner ist gestorben, um ihn zu ehren, lege ich mich jetzt hier hin, los, mach einfach. Oh, der redet wieder in den heißen Brei rum. Ach, komm. Der Jörg. Ist das viel witziger. Die Füße hoch. Dann machen wir jetzt hier mal die Füße hoch. Mach ich jetzt mal ein Deutsch und fahren hin. Meine Güte. Kuttenlecker, Russenhocke, Schneeglutscher. Schneeglutscher, Jägerrolle und den Spider-Man. Gibt's alles. Wieder was gelernt. Leute, passt auf. Spider-Man ist mit, also sie macht den Seestern und dann schwingt man sich mit erregten Wiel an einem Seil in sie rein. In sie rein. Also Leute, ich würde jetzt gerne über das Cringe-Thema reden wollen. Zum Glück waren wir mit dem alten Thema noch nicht fertig, aber los geht's. Nee, komm, wenn du da noch irgendwie mal einen Hebel ansetzen willst, dann mach das nochmal. Nein, es ging... Äh, äh, hallo. Ah, kennst du das, wenn das passiert? Kenn ich, kenn ich. Wenn der Frosch da so ein bisschen quer sitzt. Ah, ha, ha, ha. Na, ich hatte mal die Idee. Der macht's aber. Maggie geht einfach, sie ist gelangweilt. Nee, die bringt's hier. Wasch holen. Das machst du richtig. Sie hängt sich jetzt in der Waschmaschine. So, gut. Dann können wir ja jetzt ungestört über Frauen lästern. So das Cringe-Thema. Also. Re, 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 re. Nice. Das war wie immer ganz toll. Das wird erst gut, wenn der Heile-Effekt drüber ist. Guck nicht so skeptisch. Also, cringed unterm Video gelesen. Also, unterm letzten Podcast. Entwincht? Haben wir ja richtig gecringed, als wir das gelesen haben. Und es ging darum, ähm, um unsere politischen Analysen. Ich mach grad Gänsefüßchen. Mhm. Ganz bewusst. Ihr habt hier bestimmt auch rausgehört. Ich glaube nicht, dass wir groß politisch analysiert haben. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Format hier... Da war es gerade auch bei mir jetzt ein bisschen. Die falsche Plattform ist, um nach politischen Analysen zu suchen. Korrekt. Aber es geht auch nicht nur um diesen einen Kommentarsamon. Ich frage mich auch, wo eine Analyse war denn? Wo eine Analyse war denn? Ich mache keine Pausen zwischen meinen Wörtern und dann klingt das schön. Ich spiele es dir doch mal vor. Da hast du gerade so eine schöne Melodie drin. Aber wir renten ja gerade, du Bastard. Schreib uns nochmal so ein... Er hat ihn übrigens gelöscht mittlerweile. Ich habe ihm geantwortet, schön, danke für das Thema, für den nächsten Podcast. Zack, hat er gelöscht. Was hat er gelöscht? Sein Kommentar. Wo drin stand, Alter, eure politischen Analysen sind so cringy. Ja. Im Endeffekt, welche Themen waren denn da? Dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sind? Beziehungsweise weniger, ich ein bisschen mehr. Dass ich gesagt habe, dass es um die SPD schlimmer hätte bestehen können, dass ich mit der Opposition zufrieden bin. Wir haben gesagt, wir freuen uns über die Daily Soap, die da im Bundestag abgeht. Das sind noch keine politischen Analysen. Aber... Also mich würde interessieren, wo da jetzt eine große Analyse war. Aber ich denke mal, das war halt dann so ein Zwölfjähriger, der irgendwie... Äh, meine Mama hat CDU gewählt! Weißt du? Und der wollte dann irgendwie geil sein. Aber ich hatte schon so Leute in der Klasse. Also mir geht es auch weniger darum, mich jetzt irgendwie recht zu fertigen. Also selbst wenn wir politische Analysen gemacht haben, es geht um dieses Crizy-Wort. Und ich spreche das hier auch speziell an, weil das das letzte Mal so gut geklappt hat. Da habe ich nämlich gesagt, hier, ich mache dieses Video, warum ich David Heinz' Job zerstört habe, habe ich gesagt im Podcast. Und Batz, kurze Zeit später war es fertig. Und ich bin da ja jetzt auch so an einem Cringe-Video dran, um da mal so richtig meine Meinung so wirklich durchdacht. Und Alter, machst du jetzt hier echt Wäsche? Ja. Da haben wir das falsche Thema jetzt. Da müssen wir eigentlich über Klischees sprechen. Aber ist egal. Wir renten nämlich hier gerade ab. Und zwar meine Meinung zu diesem ganzen Cringe-Geseier. Und ich finde einfach... Also es geht auch nicht um diesen einen Kommentar, der jetzt unter dem Podcast-Video war, sondern auch um die Kommentare wie... Selbst wenn es nur ein Troll war, aber solche Kommentare und solche Meinungen gibt es halt. Unter dem Battlegrounds-Video hat einer geschrieben, irgendwie, ihr seht aus wie 25 und verhaltet euch wie 10-Jährige. Ich bin 14 und irgendwie verhaltet euch mal reif oder irgendwie sowas. Ja, das ist halt witzig. Und diese Mentalität ist einfach so backwards, auch hier, weißt du, rückwärtig, klingt halt nicht so geil, einfach so dumm. Und dieses Ursprungs-Cringe von wegen, guck mal, die Person ist gerade nicht sich dessen gewahr, was sie gerade Seltsames tut, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, einer, der im Fernsehen sich zum Appel macht, weil er nicht rafft, dass er gerade irgendwie komisch ist. Ich kann nicht vorstellen, dass das ernst gemeint war. Ist egal, aber es besteht ja. Und es gibt immer wieder Cringe-Kommentare, wo es heißt, oh, ich konnte mich nicht angucken, das war so cringy, ich feiere euch so hart, aber ich muss alle 10 Sekunden das Video pausieren und so ein Bullshit. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, das ist irgendwie, das ist fast krankhaft irgendwie mittlerweile. Ja, nee, ist so. Ist okay. Es ist vielleicht ein Gefühl, aber es ist ein einschränkendes Gefühl. Es ist ein sehr einschränkendes Gefühl. Da kann jeder mitmachen, was er möchte, aber es sei gesagt, dass es in den meisten Fällen ein Nachteil im Leben ist. Worauf ich hinaus will, nicht nur alleine, dass er irgendwie sagt, das ist cringy, also ist mir ja scheißegal, sollen sie machen, ich mache halt trotzdem, worauf ich Bock habe, darum geht es nicht, aber dieses, wie gesagt, das war ursprünglich dieses, ich finde, dass ich habe Empathie mit diesem Menschen, weil der gerade nicht versteht, dass er sich gerade sehr komisch verhält. Wir aber nutzen das ja im Prinzip aus. Wir sind uns völlig bewusst dessen, dass wir uns komisch verhalten. Gewahr. Wir sind uns gewahr. Und dieses Wort gerne nochmal, aber das ist ja, das wollen wir jetzt hier nicht inflationär an den Äther blasen. Wir wissen das absolut, dass das total dumm ist und machen es ja genau deswegen. Es ist nicht so, dass wir nicht raffen, dass das total lächerlich ist, wenn wir irgendwie, was weiß ich, mit einem Dildo rumrennen oder mit Spielzeugwaffen Peng Peng sagen oder sowas. Es ist absolut klar, dass das dumm ist. Und deswegen hat es sich meiner Meinung nach so ein bisschen wegentwickelt von diesem, oh, ich habe Empathie zu diesem Menschen, weil der rafft das gerade nicht. Ich schäme mich für ihn fremd in dem Sinne zu einem elitären, oh, guckt mal, ich bin super cool. Ich stehe da drüber. Ich würde mich nicht so zum Lappen machen, weil ich bin super krass und ich bin einfach was Besseres als ihr. So fühlt es sich bei vielen auf jeden Fall an. Und das finde ich nicht so geil. Naja, das ist einfach... Ob man jetzt so Sachen macht oder nicht. Ich meine, ob man sich darüber aufregt oder nicht, ist natürlich die Frage, welche Ergebnisse erzielt man. Ich würde sagen, ein bisschen cringy fand ich das mit der Kiste ja schon, weil das war wirklich ziemlich dumm. Ja, aber... Und wir haben uns von kleinen Kindern verprügeln lassen. Aber es ist doch witzig. Wenn wir hingegen jetzt ein Video machen, das auf große Resonanz stößt, guten Unterhaltungswert hat, dann mache ich doch lieber was, was ein bisschen der Norm widerspricht. Und habe halt das Ergebnis und kann so ein 14-Jähriger, der sich anders verhält, sagen, ey, du bist nur ein 14-Jähriger, der irgendwie, keine Ahnung, noch an der Flasche von der Mutti hängt und es noch nicht gerissen hat, weißt du? Und da sprichst du tatsächlich auch einen Punkt an, über den ich auch nachdenken musste, weil ich glaube einfach, dass dieses Cringe-Ding irgendwie weggeht oder das ist dieses, der Erfolg gibt ihm Recht Ding. Weil zum Beispiel Remigayar, der irgendwie nackt, also der hat irgendwie nur ein T-Shirt an, die Wiese mäht in seinem Clip so, da würde man sagen, ha, cringy, was weiß ich, der steht da nackt da, das ist ja super peinlich, aber kriegt halt irgendwie 5 Millionen Aufrufe dafür, dann sagt da keiner, Alter, das ist ja super peinlich, sondern guck mal, wie cool der ist, der scheißt einfach drauf und macht das einfach, obwohl irgendwie das lächerlich ist oder gesellschaftlichen Normen nicht entspricht oder so weiter. Und das finde ich halt ein bisschen dumm, weil an sich ist es egal, ob die Aktion von ihm da irgendwie 10 Aufrufe hat oder 10 Millionen, es ändert an der Aktion an sich nichts und an seiner Einstellung nicht. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Kann mir halt vorstellen, dieses Kisten-Ding, kannst du ja vielleicht gleich nochmal genau ausführen, was jetzt für dich da irgendwie cringy dran war oder so, wenn das jetzt irgendwie vornherein klar gewesen wäre, dass das irgendwie ein virales Ding wird oder was weiß ich, wenn das irgendwie so ein 100.000-Aufrufe-Ding wäre, dass du vielleicht dann auch dieses Gefühl weniger gehabt hättest. Und das wäre ja schon ein bisschen schade, oder? Naja, ich sage mal, ich fand das nicht schlimm, aber ich dachte nur, der Hintergedanke war die ganze Zeit so, wir haben ein Pappkarton. Das fängt doch da schon an, witzig zu sein. Nee, also vielleicht nicht, der kommt bei mir irgendwie nicht an. Hey, du hast mir einmal geschrieben, langsam verstehe ich den Witz von dem Pappkarton. Nee. Als dann das Video auf Forz viral ging, zu den 3000-Aufrufen. Also, pass auf, der Plan war eine Stunde mit einem Pappkarton auf einem öffentlichen Platz zu sitzen. Ja. Wir sind gescheitert. Aber super witzig. Weil wir uns von kleinen Kindern haben verprügeln lassen. Das ist, also, ich finde es von der Seite betrachtet, ist es schon, solche Leute nennt man Versager. Die es nicht winkriegen, sich in eine Pappkiste zu setzen, ohne sich von kleinen Kindern verprügeln zu lassen. Aber wir haben ja auch nichts dagegen gemacht, also ich habe jetzt, wäre es so wichtig gewesen, also ich fand ja irgendwie dann trotzdem lustig, dass das gerade passiert so. Als hätte man den Kleinen einfach von vornherein weggeschickt, klar. Ja, eben. Also, es ist ja nicht so, als hätte es nicht andere Möglichkeiten gegeben. Wir haben es ja im Endeffekt so, du hast ja deine Sprüche gemacht und so, es war da witzig. Ja. Ihr könnt einfach so mit Kindern. Das außerdem, ja. Maggi, trinken wir noch einen? Ja, willst du noch einen? Nee. Du musst ja erst die Wäsche aufhängen, dann gehst du dich gerne um ein Glas. Ach komm, ich helfe dir. Oh, sag mal dir. Jetzt habe ich gerade ganz kurz einen Stocker in meinem Gedankengang, weil ich hatte noch einen richtig guten. Stockerin? Ich habe gerade einen Stockerin gemacht in meinem Kopf, ja. Cringe, cringe, doppel cringe. Ja, zum Beispiel. Pass auf. Ich finde auch, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, was vielleicht viele von den Zuhörern auch kennen. Hallo, ihr sabotiert den Podcast, wenn ihr jetzt auf Topic da redet. Was viele von den Zuschauern vielleicht auch kennen in der letzten Folge Quote Quest, am Ende sieht man so einen Moment, wie Herr Rhodes auf die Mädels zugeht und eigentlich Quote Quest-mäßig was sagen will und dann aber bemerkt, dass er seinen Ton nicht dabei hat. Dann steht er da, wie angewurzelt, überlegt, Situation ist absolut awkward und so absurd. Man könnte damit jetzt so umgehen, dass man sagt, okay, das ist ja super seltsam, ich ziehe jetzt einen Kopf ein und gehe schämend, beschämt davon. oder man lacht halt einfach drüber, weil es total normal ist, dass irgendwie nicht alles rund läuft und weil es einfach eine lustige Situation ist und ich glaube, der Umgang ist wesentlich witziger und wesentlich, weiß nicht, wesentlich sinnvoller für das eigene Leben als irgendwie, oh, das ist so peinlich und so. Ich bin ja auch zum Beispiel auf Reddit relativ aktiv in dem Cringe-Subreddit unterwegs, wo dann tatsächlich Leute irgendwie sehr oft auch Textposts machen, wo sie davon erzählen, aha, dies, das ist mir heute Peinliches passiert und alleine mit diesem Umgang dann irgendwie nichts weiter zu sagen, wenn irgendeine peinliche Situation ist oder irgendwie das nicht beim Namen zu nennen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel... Da muss man es auf jeden Fall ausreizen, weil dann ist es ein bisschen mehr... Oh, ich habe gerade mein T-Shirt und diese Nischkante gehängt. Peinlich. Mach ein Foto. Mach jetzt ein Foto. Ne, jetzt ist es nicht mehr organisch. Ich kann kein Foto machen, während die Aufnahme ist. Du hältst jetzt deine Schnauze gar nicht. Also mir ist gerade was Peinliches passiert, ja? Ja. Mein T-Shirt ist gerade an der Kante hingeblieben. Jetzt mache ich mal ein Foto und tue das dann mal rein. In die Insta-Story. Jetzt habe ich hier falsch rum. Also, wenn jetzt zum Beispiel bei uns, das passiert ja gar nicht mal so selten, das wird euch garantiert auch schon öfter passiert sein. Man redet mit Leuten, sagt dann, okay, nice und verabschiedet sich und geht dann in dieselbe Richtung. Da könnten auch schon viele sagen, oh, da übelst du unangenehm, voll peinlich, indem man aber sagt, oh, awkward, wir laufen in die falsche Richtung. Haha, lololol. Und drüber lacht, ist das wesentlich cleverer Umgang, als zu sagen, ich scheiße mir gerade ein, das ist ja so unangenehm, ich kann nie wieder vor die Tür gehen. Oh, das werden die in zehn Jahren noch wissen. Außerdem wird in spätestens, weiß ich nicht, drei Milliarden, Jahren, in Trilljahren, sag du es mir, du bist doch so Informatikmensch, irgendwie das Universum verglühen und keine Energie mehr da sein. Also so eine Scheiße wie, oh, ich bin mal awkward in dieselbe Richtung gegangen. Also ganz kurz. Awkward, ich saß mal kurz in einer Kiste drin, das juckt halt keinem mehr, wenn die Sonne verglüht. Du sagst, ich bin Informatiker, nennst ein Beispiel aus der Physik. Sagst dann keine Energie, ist dann alles verglüht. Was geht bei dir schief? Nichts geht bei mir schief. Okay, deine Argumentation ist in sich schlüssig. Gut. Nein, ja, aber nein. Wir sind doch hier immer noch in der Rant um euer Leben hoch. Ich habe so eine Krawatte. Bei jedem Gefühl, dass negativ ist, ist das doch der Fall. Ja. Weil Leben ist irgendwie, das nehmen manche Leute, ach, ich kann mir das nicht. Das ist zu Spiri, das ist zu Meta, da kommen wir nicht ran. Spirituell ist doch nicht spirituell. Nehmt euch selber einfach nicht zu ernst, denn ihr seid glücklicher im Leben. Das ist meine Aussage. Oder alles halt nicht so ernst nehmen. Also die Essenz, die Essenz des Lebens. Oh, diese politischen Analysen, die sind so ernst. Ihr seid so cringy. Die Essenz des Lebens ist eigentlich nicht da. Ja. Also es gibt ja diesen Sinn des Lebens nicht. Warum nicht einfach sich selbst mit guten Gefühlen einfach reinstopfen, angeilen und irgendwann dann wieder mal sterben und das auch nicht schlimm finden. Das ist eigentlich die beste Rant in diesem Fakt. Aber die können wir jetzt anstoßen. Irgend so ein berühmter Mensch hat mal gesagt, Sinn des Lebens, hör auf, ihn zu suchen, dann hast du ihn gefunden. Zitat Ende. Ist ja auch egal, es geht ja schon wieder, ich bin im Rant um euer Leben, ich wollte doch hier gerade mal abhaten, wie dumm der ist. Nein, du bist ja auch nicht dumm und du kannst ja auch nichts dafür. Du bist ja eher reingewachsen oder so. Mein Gott. Ja, ich sage mal, warum sollte man sich über Leute beschweren, die selbst viel benachteiliger sind als man selbst? Also ich denke mal, man baut sich da mit solchen Äußerungen eher selbst Mauern und man würde solche Äußerungen nicht bringen, wenn man rund um mit sich selbst zufrieden wäre, ganz klar. Ich glaube trotzdem auch, dass das einfach ein bisschen gesellschaftlich diktiert ist. Also nicht diktiert, aber alleine irgendwie, dass seit 10, 20 Jahren irgendwie so Assi-TV im Fernsehen läuft, wo es halt darum geht, besonders lächerliche Typen irgendwie bloßzustellen oder also nicht bloßzustellen, weil viel jetzt ja eh gescriptet ist, aber schon auch da der Ansatz, man guckt das, natürlich nur ironisch, aber trotzdem irgendwie, wenn man das sieht, da geht es einem selbst noch besser, weil so Assi, so dumm, so peinlich ist man nicht, wie das, was man da sieht. Auch da schon wieder dieses ich cringe, ich stelle mich aber drüber, haha, ich bin was Besseres. Da geht mir gleich wieder die Lunge auf Grundeis. Ja, aber mir geht die Lunge auf Grundeis bei Leuten, die behaupten, aufgrund ihres sozialen Standes was Besseres zu sein ist irgendjemand anders. Auch das. Hey, ich arbeite, ich kriege 5, 5 im Monat und bin besser als irgendjemand. Dafür, dass Geld ein ausgedachtes Konstrukt ist. Auch das. Und diese Äußerung sehr mutig. Was lacht's denn da? Ja. Es ist halt so. Also ich stelle mich Und wenn die Person dann irgendwie dafür... Ich stelle mich über Leute, bei denen ich sehe, dass da nichts ist, aber nicht bei Leuten, die irgendwie einen anderen Stand haben oder ich weiß nicht, es zählt ja dann irgendwie auch die Güte des Menschen und nicht die Intelligenz. Intelligenz ist ein ziemlich zweitrangiger Wert. Ungerechtigkeit der Gesellschaft. Also wenn wir das Renten mal aussperren und sagen einfach, ja, ist dumm, aber macht wie ihr wollt und so da das Endstatement und dann sagen, ja, vielleicht, denkt aber mal drüber nach und schneidet euch selbst nicht so sehr. Ich habe halt noch eine andere Story, aber die packe ich dann wirklich erst in das Video rein. Einfach den Umgang damit. Ich weiß nicht, das ist so unclever. Das ist so... Auch da habe ich ja auch schon mal einen Beitrag zu gemacht, dieses Erwachsenwerden-Ding von Rainer Schauder hatte ich damals kommentiert, wo man, also je älter man wird, oder, naja gut, man kriegt auch Freiheiten, aber man hat ja schon irgendwie gewisse Grenzen, ob das jetzt irgendwie die Physis vom Körper ist oder geltliche Mittel oder einfach irgendwie, du wohnst an einem Ort, wo halt irgendwie Grenzen sind. Sich dann selber noch so mentale Grenzen zu machen, finde ich halt einfach total dämlich. Ist es auch, weil es einen in allen Bereichen einschränkt, nicht nur in diesen. Wenn man im Bereich A über die Grenzen denkt, kommt man völlig woanders auch weiter. Puh, ja. Was sagt ihr dazu? Großes Thema. Ich meine, allein durch dieses Den-Armadeus-Machen ist auf den ersten Blick richtig dumm und nervig, aber hin und wieder kommt man ja doch zu Ideen, die zu etwas völlig anderem führen. Dadurch, dass man einfach immer Es ist Brainstormen. Ja, genau. Das ist ja die Idee vom Brainstormen, dass man die Grenzen halt nicht macht und das, was man will, vielleicht auch nicht erreicht, aber völlig in völlig anderen Sektionen weiterkommen kann und neue Ideen hat. Vielleicht ist ja auch unser aktueller Sprachgebrauch und Sprachduktus aus dem Armadeus ein bisschen evolutionär entstanden, dass dann sowas passiert wie auf die Mouth. Exakt. Wenn man drüber lachen, was eigentlich vielleicht auch gar nicht so witzig ist. Das ist ein sehr konkretes Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Gut. Schön. Ah, cringy, cringy, cringy. Aber ich denke mal, die Leute, die werden ja nicht denken, oh, ich gucke das. Oh, mir wurde anerzogen, das ist cringe. Also sage ich jetzt, das ist cringe. Ich glaube eher, dass dieses Gefühl existiert. Und da muss man nicht sauer sein oder ranten, da muss man eher sagen, ey, Junge, ich gebe dir mal einen guten Tipp, mach das mal nicht, das ist klüger für dich. Es ist ja nur, weil die Sparte so heißt. Ich wollte da jetzt gar nicht so über abranten und ich habe ja auch gar nicht wirklich gehatet jetzt. Eigentlich, zum einen, ich bin etwas genervt davon, weil es halt immer wieder passiert, Leuten, die uns eigentlich kennen. Es ist übelst nervig, weil es eigentlich wirklich ziemlich dumm ist. Und wenn man von dummen Leuten berichtigt wird, das ist so ein ekelhaftes, scheiß, nervig Gefühl. Und es ist einfach nur, weil wir ja so am Nabel, also wie, weißt du, zur Zeit tatsächlich fast jede Woche so oder fast einmal die Woche ein Video oder auf dem Hauptkanal, sonst sogar noch mehr. Und wenn dann, also es sind ja mindestens eins, zwei Kommentare unter jedem Video. Oh, ich muss das pausieren, ich konnte es mir nicht angucken oder cringe, irgendwas in die Richtung. Ja, es sind ja nur eins bis zwei. Ist richtig, klar. Das ist ja auch allgemein bekannt, dass man negative Kommentare viel mehr irgendwie sich einprägt als positive. Ja, das sind ja auch sehr viele gute. Natürlich, es ist, also 99% positive Kommentare, das ist mega hartes Feedback. Das sind jetzt nicht 99. Was? Ne, aber das meine ich, wenn dumme Menschen einen berichtigen, das regt einen einfach nur auf, oder? Ja. Das regt jetzt nicht exakt 99%. Natürlich nicht. Ist ja auch egal, also. Ich hoffe, du hast den Punkt verstanden. Ich habe den Punkt verstanden. Gut. Es geht nur einfach darum, dass, es ist nur ein kleiner Teil, aber man liest es halt immer wieder. Das finde ich sehr schade. Wenn neue Leute auf dem Kanal kommen, dann ist das auch nicht so schlimm, aber weil ich halt auch schon ab und zu gelesen habe, Leute, wie jedes Mal oder so feiere ich das übelst hart, aber es ist echt schwer anzugucken, Fremdscham, irgendwie sowas. Da denke ich mir, Alter, du verfolgst den Kanal jetzt seit Jahren oder was und raffst es immer noch nicht so. Das ist ein bisschen komisch. Und schade. So. Aber deswegen will ich ja auch dieses Video machen, was ich mit ankündige, was mich ein bisschen mehr pusht, das zu tun. Aber parallel dazu will ich auch noch Red Dead Redemption filmen. Und morgen wird der Anruf hoffentlich mal stattfinden. Kann sein, dass wir dann irgendwie bei Tuff zu sehen sind. Ich hoffe, wir suchen dich. Also ich, du willst ja dieses eine Stunde YouTube machen, YouTuber-WG. Ist ja schon geil. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Ob das Video bekannt ist, wo wir oben auf dem Dachboden sind und es wird gefilmt und irgendwie meint einer, ey, wir werden gefilmt, wir müssen jetzt anders verhalten und dann rasten wir völlig aus und sind YouTuber-WG. Ja. Ja, das Video war nicht ziemlich gut, muss ich sagen. Aber das war eine 9. Das war eine 9. Das war eine 9 von 10. Das war aber nicht so critically acclaimed, aber da waren die Leute auch noch nicht gewohnt, dass auf Nusserafakt wirklich jetzt so alles kommt, worauf wir gerade Bock haben. Weil es war ja einfach ein One-Shot-Video so. Eigentlich nur ein Outtake. Aber auch da war 80, 90 Prozent positiv. Wie auch immer. Aber ich fand das auch sehr witzig, deswegen habe ich es auch hochgeladen. Und das Thumbnail dazu ist übrigens purste Kunst. Richtig nice. Ist mir, glaube ich, selten so gut gelungen, so ein Thumbnail. Ja, gut. Also, wie gesagt, bei Tav eventuell zu sehen, kündige ich nicht immer an. Ich sage nur eventuell. Ja, das fände ich auch eigentlich richtig lustig. Ich fände es super witzig. Also, ich habe so, also dieses ganze Ding gibt mir so, dass das Gefühl von, also, gleich kommt die Erklärung. Ja. Dieses ganze Ding gibt mir so irgendwie das Gefühl von einer aufsteigenden Karriereleiter. Aber das ist halt so, irgendwie so lustig gemeint. Wie wenn man halt in Anu Häuser entwickelt, halt so ein dummes Besserwerden. Aber es ist halt doch nur Tav. Es ist aber irgendwie so, für mich so ein richtig lustiges, wie wenn was Berühmtes passiert. So ein ziemlich erfüllendes Gefühl zu wissen, dass, erst gab es diese Kochsendung und jetzt so, der nächste Meilenstein ist einfach Tav. und irgendwann sind wir vielleicht sogar bei TV-Total. Genau. Als Host. Und Millionärswahl ist eigentlich ein bisschen drüber, ne? Naja. Millionärswahl ist, jetzt aber auch schon gegessen. Ja, erstens ist es gegessen und zweitens, Millionärswahl weiß ich nicht, ist ja, also dieses Tav-Ding fühlt sich halt an sich schon ganz witzig an, weil die Leute ja dann von sich aus so Interesse suggerieren. Das finde ich halt ganz cool. Aber an sich sage ich auch, das ist einfach nur eine witzige Erfahrung. Genau wie die Kochsendung. Das ist ja überhaupt nichts Karriereleiter mäßiges, aber kann man ja mal mitgemacht haben. Genau, aber es ist so dieses Gefühl von und jetzt kommt der nächste große Schritt und irgendwann sind wir, werden wir halt entdeckt, wie ich schon gesagt habe. Ja. Ropsch und Herodes. Ja, und ich weiß nicht, ob das irgendwie irgendwo im Internet zu sehen sein wird, dieses, ich glaube, das haben wir im Podcast auch schon mal angesprochen, dieses Kurzfilmprojekt ist ja dann auch in einem Monat fällig. so 15 Minuten bla bla ist dann Uraufführung auf jeden Fall erstmal hier bei uns um die Ecke und dann läuft das im Lichthauskino, das ist nicht wirklich ein Kino meiner Meinung nach, das ist mehr so ein, ja. Ein alternatives Kino. Ja, ja, da gehen die ganzen die ganzen Waldorfs hin. Die Waldorfs und die Hipsters und die Studenten und solche Leute halt und die sitzen dann auf Sofas, auf so ranzigen. Ist ja auch okay. Alles ein bisschen improvisiert alles. Ja, ist ja, alles hat seinen Charme, aber Kino klingt halt irgendwie anders. Ja, ist halt Weimar, da weiß man, was man von einem Kino zu erwarten hat. Ja, Cine Star ist halt ein normales Kino. Exakt. So. Jetzt, äh, jetzt gibt's Hallo. Jetzt gibt's hier einen weiteren Gast im Podcast. Auf jeden Fall läuft das da halt und ich hab ja auch Kontakt zu den Leuten, es kann sein, dass die irgendwie sagen, ja, kann man ins Netz stellen, aber ich kann's mir nicht vorstellen, weil die ja auch ihren Lebensunterhalt damit irgendwie verdienen und ich glaube, vielleicht auch Geld kriegen pro Aufführung oder so. Mein Telefon. Aber da werde ich euch das auf jeden Fall wissen lassen, wenn's da News gibt. Hallo Franz, willst du einen kleinen Schwank aus deiner Jugend erzählen oder kurz sagen, was dich bewegt? Als ich acht war. Was war, als du acht warst? Als ich acht war, also meine Geburtstage in der Zeit waren ziemlich schön, das fand ich toll. Da ist man noch so in den Wald gegangen, hat gespielt, hat sich verkleidet, fand ich gut. Ist ein bisschen traurig, dass nur die Geburtstage schön waren. Ja, die anderen Tage waren furchtbar. Nee, der Rest war auch schön. Okay. Ich hatte einen Freifahrtsschein im Hort, war mein absoluter Gewinn, weil ich so eine gute Mutter hatte. Freifahrtsschein? Für was? Dass du dich bedeuten hast? Ja. Mutti, falls du das hörst, es war ganz toll von dir, dass ich im Hort immer gehen konnte, wann ich wollte und dann, wenn ich Probleme mit den Hortnerinnen hatte, einfach nach Hause gegangen bin. Nice. Dann ist das randaliert und dann bist du einfach gegangen. Ja, klar. Also, ich muss sagen, Leute, seid keine, seid keine, warte, wie heißt das, wie sagt hier Steve O.? Don't be a dick. Don't be a dick. Die einzige... Seid bitte nicht dick. Be a vagina. Das ist die einzige Regel des Lebens, ja. Don't be a dick. Und in der Grundschule war ich ein dick. Okay. Ein richtiger Dick-Dick. Ich war richtig asozial zu anderen Kindern leider. Dick van Dijk. Danke, Amadeus. Aber mit Anton, mit Anton warst du immer cool. Mit dem warst du cool. Mit Anton war ich cool, ja. Stimmt, du hast ja Anton getroffen. Ja. Witzig, witzig. Ja, mit Anton war ich, wenn wir in der Schule in der Schule 8 waren. Gut, Steini. Ich bin Assi, Alter. Echt nicht. Da werde ich gleich wieder zum Dick. Aber die Mutter von Franz, aka Davis Schulz, ist auf jeden Fall eine ganz tolle. Die unterstützt uns nämlich auf Patreon, die Assis. Ja, was passiert jetzt hier? Was machst du? Klimmzüge? Ich suche mein Telefon. Ja, suche sein Telefon. Soll ich es anrufen? Wir haben da noch 13 Minuten und können diese wundervoll füllen. Hier passieren erstmal Dinge gerade. Irgendwie jedes Set um uns bricht auseinander. Alter. Was ist hier los? Soll ich mal in Fettbranche. Fettbranche. Dann auf dem Zivilmarkt übrigens habe ich noch eine neue Songidee gekriegt. Während halt in den nächsten Monaten Robin in die Videoproduktion geht, widme ich mich wieder meinem beruflichen Werdegang. Du weißt aber, das ist eine schöne Sache mit diesem Weinglas, Weinglas, aber das kommt im Podcast nicht so rüber, dass du eine Kunstpause machst, um dein Wein zu schütteln. Du hättest vielleicht auf meine Bemerkung gerade mal eingehen sollen. Und du kümmerst dich um deine berufliche Karriere? Ja. Und ich mache so einen Videoscheiß. Das ist schon angekommen. Schade. Ich dachte, ich könnte es irgendwie so formulieren. wenn das... Ja, also... Wer ist mal erwachsen? Mein kleiner Bruder ist jetzt so weiter als ich. Wie? Na, ausbildungsmäßig. Ach so. Der hat jetzt einen angefangen. Ja. Also ausbildungsmäßig ist mein Bruder auch weiter als ich. Siehste? Ich habe es nur drei Monate durchgehalten. Oh Mann, oh Mann. Ja. Habe ich schon erzählt, dass ich damals bei Kaufland rausgeflogen bin eigentlich? Wüsste ich gar nicht. Ich mag die Story. Erzähl ich beim nächsten Mal zusammen mit... Ob du Autofillation machen würdest? Genau. Alter, super witzig. Dieses Dings da baue ich ins Video ein. Hatte ich dir bestimmt mal geschickt, wo einer diesen nachmacht in Public. Der war mal bei Reddit's Cringe. Worte der weitergeleitet. Alle haben ihn gehatet und ich habe mich so bepisst bei dem Video. Ich fand das so witzig, wie er so, aber in noch viel ranziger in der Stadt unterwegs ist und diese kacken Musik drüber läuft. Es geht dazu zu sagen, dass es der Spielmein aus Majors Mask ist. Ja. In diesem sich drehenden Ding über ihn. Das wäre jetzt der Teaser für das Video. Weil das... Ja, das kannst du rausstellen. Das sieht gut aus. Gut durch. Könnt ihr damit auch einen Film einstarten? So, was hatten wir gerade eben? Wir hatten noch ein gutes Thema. Weiß ich nicht. Bin verwirrt. Was machst du jetzt? Das ist schon wieder die asoziale Aktion. Das würde Sarah Zahn nie machen. Ja, Sarah Zahn... Hey Kronk, warte mal kurz mit deinem Let's Play. Ich muss ja gerade mal Mails gegenchecken, halb offen. Doch. Nee. Also macht Fabian Siegesund bei David Hain immer. Ja, wann kommt das Video? Kannst du dir mal ankündigen. Wenn es fertig ist. So, zwölf Minuten. Ich muss das nächste halbe Jahr hart arbeiten und zwar was ordentliches. Während du ja den Vöderfanz machen kannst. Das war unser Thema. Stimmt. Den Rumgespiele. Den Rumgespiele und Rumgemache. Ja. Der Robin, der will nämlich immer nur spielen. Richtig. Nee, der findet das eigentlich... Der ist nicht so der Typ dafür, so feste Zeiten zu haben. Der findet das irgendwie doof. Der hat kein Problem damit, wenn irgendwie mal was ansteht, so zwölf, sechzehn Stunden am Stück was zu machen, bis tief in die Nacht oder früh an den Morgen ran. Das hat er kein Problem mit. Aber wenn da jemand sagt, hey, Montag bis Freitag, acht bis sechzehn, stehst du da auf der Matte, da sagt er, hm, ich weiß nicht. So rein, so rein genetisch ist das nicht in mir drin, habe ich das Gefühl. Man kann aber auch einfach mal sich ein bisschen zusammenreißen. Richtig, kann man auch machen. Aber du hast die ganze Zeit ja so ein bisschen... Du kannst ja mal erläutern, warum du so erlebst und nicht anders. So erlebst? So lebst. Weil ich das so ganz angenehm finde. Das habe ich ja gerade mehr oder weniger gesagt. Mach da mal ein Video drüber. Kann ich auch mal machen, ja. Ich habe das auch der Margarete heute zufälligerweise auch schon mal grob umrissen. Also ist ja natürlich alles nur meine Laienmeinung, ja. Aber jetzt der Mensch rein biologisch gesehen hat vielleicht irgendwie evolutionär dieses Tag- und Nachtwechsel-Ding drin, dass er da irgendwie schlafen tut, ne. Tut, tut, tut. Von dem Witz hast du nicht gelacht. Das nehme ich dir echt übel. Der war super witzig. Da stand, stand in seinem Stundenplan, stand einfach nur Tut drin. In der Klammer. Und ich habe ihn gefragt, ob er da Hupenunterricht hat. Das Tutorial findet übrigens wirklich dort statt. Ich wusste es nämlich nicht. Wo dort. An diesem Tag, in dieser Zeit. Ach so. Und was ist Tut? Tut? Naja, bist du dumm, Margarete. Dich hasse ich. Dich hasse ich. Leider nicht gehört. Tut, tut. Dieses findet nur zu dieser Zeit statt. Welches Wort habe ich da verwendet? Ich habe, seid ihr echt nicht gehört. Robin hat da noch geredet. Rein biologisch gesehen ist das dann womöglich im Menschen drin, dass er jetzt Tag-Nacht-Wechsel und so, dass er sich in den Schlafen legt. Aber rein von der Natur her gesehen sehe ich da nicht wirklich den Grund, warum man sagen würde, okay, der Mensch ist biologisch dafür vorgesehen, acht Stunden. 1850 kam das, da war es mit der Industrialisierung, wo der Mensch zur Maschine wurde. Ich bin da keine Maschine. Ja, und er hat dann seitdem jetzt nicht mehr, seit dem Lied. Aber würdest du behaupten, du hast einen Acht-Stunden-Tag, auch wenn die irgendwo anders liegen? Ja, weiß ich nicht. Unterschiedlich. Mal habe ich halt zwölf Stunden, mal habe ich vier Stunden, mal habe ich keine Stunde. Und das ist halt ganz angenehm so. Und das ist, was ich gerne mache so. Okay. Und willst du irgendwann mal auf die Gewinnmaximierung gehen? Also Gewinnmaximierung hätte man ja schon früher machen können, hatte ich bis jetzt immer kein Interesse dran, weil, ne, habe ich ja auch schon öfter mal erklärt, dass sich das bestimmt. Ich meine, im moralischen Rahmen. Ja, wie gesagt, also dieses Merchandise-Ding und so, das sind alles Sachen, mit denen ich mich anfreunden kann. Und wir haben ja jetzt auch, ich habe mich ja schon geöffnet, ich habe auch vor Jahren schon gesagt, Product Placement würde ich nie machen, weil ich das übelst unauthentisch finde. Dann habe ich irgendwann gesagt, naja, gut, vielleicht, wenn es passt irgendwie, kann man es mal machen. Und im Endeffekt ist das auch jetzt noch so, weil Baywatch fand ich halt jetzt irgendwie nicht unangebracht oder so. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber sonst, also ich glaube, würden wir irgendwie in einer Stadt wohnen, wo Strand ist, hätte ich das eh längst vorgeschlagen oder so wie, dass wir ein Baywatch-Video machen. Aber, ja. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie... Wir haben halt einen ranzigen Spielplatz. Ja, wir haben einen ranzigen Spielplatz. Echt, das sieht im Video gut aus, ne? Ja, ich glaube auch. Komm. Ja. Gut. Yes. Da hat der Rodis sich nämlich nicht so ganz gut gefühlt bei dem Dreh. Oh Gott. Bei dem Dreh. Kalle sagt immer, das ist kein Dreh, was wir machen, weil ich bin Besseres gewohnt von Kika. Wortwörtlich, so sagt er es. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich interessant finde. Wieso lebst du so? Wieso sind seine Prinzipien deine? Wie ist das mit dem Product Placement? Wieso hast du früher so gehandelt? Wieso heute so? Da kannst du auf jeden Fall mal ein Video drüber machen. Das ist hiermit angekündigt. Ja, aber es hat nicht so die Priorität für das Cringe-Video. Alles hat keine Priorität. Ein Kuchen. Achso, und die wollten den... Ich habe für das Cringe-Video extra die Canon von Kalle und die will er halt auch irgendwann wieder. Willst du die auch kaputt machen? Genau. Ich habe Kalles GoPro kaputt gemacht. Wir wollten mal den Kuchen, also der Punkt war, unser Zibelkuchen hat ja unter anderem aus diesem Grund sehr schlecht geschmeckt, weil wir ihn viel zu kurz nur im Ofen hatten und der Klosteig noch roh war. Wir wollen ihn mal richtig nachbacken. Range Rover. Wir wollen ihn mal richtig nachbacken, so wie wir es eigentlich vorhatten, weil so schlecht hat er wirklich nicht geschmeckt. Und wenn man ein bisschen weniger Perlzwiebeln rantut und ein bisschen mehr tatsächliche Zwiebeln, was bei unserem Kuchen im TV nicht der Fall war, da war keine einzige Zwiebel dran. Aber was man nicht gesehen hat in unserem Rapunzel-Salat war dann Rapunzel drin. Später dann, ja. Da habe ich dann gesagt, ups, das was ich angemacht habe, war ja Spinnard. Spinnard, jawohl. Der Spinnard schon wieder. Irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Fuck. Wir wollen den Kuchen dann mal nachbacken, aber das hat ja scheinbar auch keine Priorität. Doch, bei 50 Likes backen wir das mal nach. Likes. Hast du gemerkt, jetzt öffne ich mich der Gewinnmaximierung hin. Dankeschön. Also bitte alle Daumen hoch. Einmal liken. Und dann auf Patreon Geld spenden. Ja, das geht auch runter, ne? Natürlich geht es runter. War nochmal ein neues Video, wo du sagst, hey bitte nochmal, einmal bitte nochmal nachspenden. Könnt ihr das bitte nochmal gegenspenden? Einmal bitte nochmal gegenrechnen, dass das nochmal aufgeht, die Rechnung hier. Ja, aber... Wir haben ja gestartet, wie viel 50? Jetzt sind wir jetzt 280. Ja, ist ja richtig. Also dazwischen war ja auch nochmal... Ich lebe von Erspartem, von meine Eltern machen Essen und von Patreon und von Hacke schneiden. Das darf ich vielleicht... Der Oma gibt mal einen Fünfer, das ist ja legitim. Herr Arbeitsamt, Herr Steuerfinanzmann und solche Sachen. Und natürlich jetzt hier Product Placement, wenn das Geld dann mal angekommen ist, weil bis jetzt noch nicht... Noch gar nichts oder nur die Hälfte? Noch nichts, aber ich habe auch jetzt schon wieder drei, vier Tage nicht geguckt. Müsste so theoretisch um den 23. passieren. Okay. Mal gucken. Dann kannst du wieder Miete zahlen. Dann kann ich Miete zahlen. Aber ihr seht ja, was daraus resultiert. Ja, also... Jetzt die letzte Zeit, da ist ja schon... Riech, Klickzahlen, unzufriedene Menschen, Quinch. Richtig. Also Klickzahlen sind ja das eine, aber also Aktivität, da kann sich jetzt gerade wirklich keiner beschweren. Das war ja so immer unsere Achillesferse. Oh, wann kommt mal wieder ein neues Video? Wann kommt mal wieder eins? Und jetzt fragen sie immer noch, wann kommt mal wieder ein neues Video? Weil die das alle nicht in der Abo-Box haben. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Weil wir hatten irgendwie 2012, 2013 über eine Phase wirklich wöchentlich. Ein Weilchen. Wir hatten nicht viel. Sonst um dieses Assassin's Creed 3 rum. Das war 13, glaube ich. Ja, ja, ja. Oder du hattest noch einen alten Upload wieder hochgeladen, hatten wir mal eine Woche nicht ein neues geschafft haben. Ja, das ist richtig. Aber also solche Videos wie Assassin's Creed, die brauchen halt alleine zwei Wochen oder so. Und wenn man da noch das Kostüm, was denn dazu zählt. Damals habe ich ja auch Abitur gemacht, da hatte ich ja noch Zeit. Richtig, du hast Abitur gemacht. Echt einfach nur richtig abgefuckt witzig, wie nichts das Abitur gegen Uni ist. Und wie gut man es trotzdem schafft. Nice, da freuen wir uns doch alle. Ne, ich weiß auch, das war dann, als ich frisch aus dem Kindergarten raus war, da hatte ich nämlich auch Zeit. aus dem Kindergarten, als ich da acht war und aus dem Kindergarten raus. Ja. Deswegen, da ging es ab wie ein Zäpfchen. Und, ähm, ja, irgendwas anders hatten wir noch. Auf jeden Fall, das hatten wir, glaube ich, abgehakt hier, dieses, ne, biologisch sehe ich das nicht irgendwie im Menschen. Oder fühlst du dich so, dass du das irgendwie brauchst? Täglich zur selben Zeit anfangen? Ja. Ähm, es widerstrebt mir nicht. Ich sage mal, dass ich wach bin, ist biologisch irgendwie schon klar. Äh, mein Körper ist an Regelmäßigkeiten gewohnt. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, zwei bis drei Tage lang mich um sieben wecke, dann werde ich am vierten Tag von, um sieben, äh, von alleine wach. Ja, ist klar. Ich kann mich sehr gut eintakten. Das, das ist klar. Aber das, das sind für mich auch unterschiedliche Sachen. Es geht mehr darum, du bist dann zum Beispiel, guck mal, es ist draußen herrlichstes Wetter. Du würdest gerne rausgehen, aber du musst jetzt die nächsten acht Stunden hier an diesem Schreibtisch, da machen. Es ist, ist für mich ein Unterschied, was ich mache. Wenn ich was mache, wo ich richtig Lust zu habe, dann, äh, ein schönes Beispiel heute. Wir hatten zum ersten Mal eine, eine Vorlesung bei einem Professor, den ich sehr unterhaltsam finde. Und es war schönstes Wetter draußen. Ich dachte so, ach, jetzt sitzt ich in die Vorlesung und hörst dir die an. Und er meinte dann so, ah, komm, wir machen heute eine, dreiviertel schöne Frühjahrschluss. Draußen ist schönes Wetter. Und ich dachte so, ah, schade. Ich hätte jetzt lieber bei dem schönen Wetter die Vorlesung gehört, als draußen bei dem Wetter zu sein. Es war, es war nett, richtig nett von ihm und so weiter. Weil es war letzter Tag, wo jetzt gutes Wetter ist. Aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, ob Arbeit jetzt was, ob Arbeit jetzt Arbeit ist, sondern ob es, ob man es genauso genießen kann, wie jetzt das Faulenzen in der Sonne. Es geht auch gar nicht um Faulenzen. Und da ist ja der Unterschied nicht, ob man, ob man draußen ist oder drin. Also ich glaube, das ist bei mir auch eine Rolle spielt, dass ich einfach wirklich relativ viele Hobbys habe, zum Beispiel. Und dass ich dann, vielleicht habe ich natürlich auch nicht so das eine, wo ich sage, aber selbst wenn ich das gefunden habe, ich meine Kindergärtner hat mir auch übelst Spaß gemacht, aber ich will nicht 40 Jahre gelang Kindergärtner machen. Das ist total dumm. Und da will ich lieber irgendwie, okay, heute spiele ich mal Gitarre eine Stunde, dann spiele ich mal ein bisschen Magic, dann lerne ich irgendwie eine Stunde Japanisch, dann schneide ich drei Stunden ein Video, dann gehe ich ein bisschen skaten, dann mache ich ein bisschen Parcours. Ich weiß nicht, man könnte mir Hobbylosigkeit vorwerfen aus dem einfachen Grund, dass ich mein zur Schulzeit ein größtes Hobby, nämlich an PCs rumzuspielen und ein bisschen zu programmieren, halt jetzt mehr oder weniger beruflich, naja, in der Ausbildung finde ich mache. Insofern kann man entweder sagen, ich bin Hobbylos oder Universitätslos, weil es ist eigentlich beides beides und das ist sehr gut. Das ist ja auch, also man muss sich ja für nichts rechtfertigen, im Grunde geht es ja nur darum, dass das für dich klar geht so und dann ist da ja überhaupt kein Problem. Du musst ja jetzt nicht... Ja, die Frage ist, wenn du jetzt ein Hobby sehr gerne machst und sehr gut kannst, dann hält dich ja nichts davon ab, da richtig, richtig Patte mit zu machen und da auch in der Regel rüber zu gehen. Also ich sehe das halt, zum Beispiel, ich skate für mein Leben gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie 30 Jahre lang am Stück und nichts anderes machen wollen würde. Aber glaubst du, dass jeder Job, den man macht, gleich bedeutet, dass man ihn 30 Jahre macht? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch jetzt gerade, also gut, Skaten ist nicht das gute Beispiel, weil da bin ich gerade leider nicht gut genug, sonst würde ich das auf jeden Fall mal machen, weil das auch mit Reisen und so verbunden ist. Aber das kann ja alles noch werden. Auf jeden Fall diesmal wesentlich ernster, als ich das gedacht hätte, aber ist ja auch mal wieder schön. Müssen wir schon abmodden, oder was? Ja, müssen abmodden. Ist gerade so gemütlich. Hi, Gänzchen, was ist los? Jetzt tun wir mal hier die Sendezeitstrecken ins Unermessliche. Wir haben noch nicht mal abmoderiert, da macht er seine scheiß Medieninformatikgruppe schon wieder auf bei WhatsApp. Hallo, ich muss mich um die kümmern. Die Musik wird gerade schon wieder lauter, hörst du es? Ich kriege dafür Geld. Oh ne, sie wird noch nicht ganz so laut. Sie ist noch leise, ist okay, Leute. Sie ist in 20 Sekunden laut. Okay. Ja, also ich fand das ganz schön. Wir haben ja eingehend genug gegagt mit dem Hut. Das war erst mal, das war genug Gag für den ganzen Podcast, dass der Rest dann auch ernster sein konnte. Ich bin gespannt auf eure rege Beteiligung in den Kommentaren und auf dem Like-Button. dass sich die Menschen da so rüber beschweren, dass sie immer weniger und immer mehr gackig sind. Nö, nö. Das ist ja, das macht es ja alles aus. Wichtig ist, man hat Content, 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 Schmontent, würde ich sagen. Content, 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 Content-Kram. Übrigens, es gibt eine Mischung aus Monta und Milchschnitte, das nennt sich Milchschnonte. Auf Wiedersehen. Die Musik ist so laut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kuka Mischung Untertitelung des ZDF, 2020